Wir werden da jetzt mit Sepp eine wunderschöne Sendung machen. Sepp, let's go auf VolksTV. Wir sind heute im Osttiroler Landl. Wir sind heute in einem ganz, ganz tollen Gebiet, und zwar im Salzkammergut. Tiroler Oberland, im schönen Salzburger Land in Winzgau. Das war brabe. Liebe Zuseher, jetzt sind wir bei dem Teil angelangt, der immer der schönste ist. Visuell und natürlich auch für den Gaumen. Ein Stück kosten, darf ich das? Ja, lieber Blasch, lieber Herr Kammermann, liebe Zuseher zu Hause. Ich kann nur eines sagen. Los, heraus, oder einen Zettel. Vorher rühren wir richtig um. Das kannst du auch noch machen. Dieses wunderbare Wochenende hat gewonnen, und zwar... Oh, die Karin. Die Anna hat gewonnen. Wir gratulieren auf das Allerherzigste. Applaus widmen. Applaus Liebe Zuseher zu Hause, wir haben wieder Live-Musik. Normalerweise setzt der Applaus ein, das wäre ganz, ganz toll. Vierteich. Schnucki. Dankeschön. 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 Danke.